Mehr Streifenwagen, Krankenwagen zur Elsten, Western und Dritte. Verdächtiger wurde zuletzt zur Vorsichtung Norden auf der Western gesehen. Co. 3, Zwischenfall 4259, RD703. Los, los, los! Auf Schalke ist es gut. Die Atmung ist sehr flach. Zweite Brustkorn, Lestrundrücken. Gut, wir haben ihn. Fett machen, bitte. Das ist an den Verband angelegt. Ja. PCS ist der 111, Leute. Fiest und Blutdruck. 96 zu 60. Pallernradiales Blut. Wir verlieren den Wagen. Er verblutet. Ich erfolge ihn an die Infusion. Zwei Zugänge und Lasten laufen. Die Tür lasst voll. Den Beutel. Infusion läuft. Immer noch kein Puls. Gehen Sie zurück. Sie, gehen Sie zurück. Verdammt noch mal zurück. Hey. Ja, schon gut. Zurück. Auf 30 Meter. Sofort. Und Sie gehen auch zurück. 30 Meter. Du scheiß Arschloch. Hast alles versorgt. Ich hatte den geilen Winkel, dass du dich reingedrängt hast. Und jetzt verpiss dich. Hier gibt's Leute, die wollen ihren scheiß Job machen. Das Arschloch.